Hallo liebe Schüler, heute zeige ich euch, wie man gemischte Zahlen in unechte Brüche umwandelt. Schauen wir uns die Vorgehensweise am Beispiel an. 3 ganze 5 Achtel. Erster Schritt, der Nenner bleibt. In unserem Beispiel Achtel, ich schreibe also den Nenner nochmal ab. Zweiter Schritt. Rechne, ganze Zahl mal Nenner plus Zähler ergibt den neuen Zähler. Wir rechnen also die ganze Zahl mal den Nenner plus den Zähler. 3 mal 8 ist 24 plus 5 ist 29. Das ist der neue Zähler. Ergebnis also 29 Achtel. Ganz einfach. Beispiel B. 4 ganze 3 Fünftel. Erster Schritt bitte, der Nenner bleibt. Das heißt, die Fünftel schreibe ich ab. Ich rechne wieder ganze Zahl mal Nenner plus Zähler. 4 mal 5 ist 20 plus 3 ist 23. Das ist der neue Zähler. Ergebnis also 23 Fünftel. Hat euch das Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked und an Freunde weiter schicken würdet. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020